Kamera läuft, Ton läuft. Saskia auch, geht los. Sascha Heide, das ist doch diese sympathische, weltoffene und reiselustige Kerlchen. Seit vielen Jahren arbeitet er da, wo andere Urlaub machen. Heute organisiert er eine Incentive-Reise nach New York, morgen ein Sales-Meeting in Shanghai. Ständig in der weiten Welt unterwegs, ist er dennoch am liebsten in Deutschland unterwegs. Und begeistert charmant und ideenreich hunderte Firmenkunden jedes Jahr mit originellen Konzepten. Glaubt nicht alles. Macht euch selbst ein Bild und abonniert diesen Kanal. Also abonnieren, abonnieren, abonnieren. Viel Spaß.